Yo Leute, was geht ab? Ich bin's dann wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich neue Most Wanted, leises Vorgehen, Auftrag Nummer 8 und zwar Sturmphasen, also überlebe Sturmphasen mit voller Kondition. 5 Sturmphasen müssen wir mit voller Kondition überleben, 1,5.000 Punkte bekommen wir und fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Ja Leute, ich habe 100 Konditionen, also 100 Leben, wie ihr sehen könnt und die Sturmphase ist in 1 Sekunde so zack und ihr seht oben, wir haben schon 4 von 5. Ich habe vorhin ein bisschen vorgespielt, also spielt den Gruppenkeilmodus, hier wird angezeigt wann die nächste Sturmphase ist, auf jeden Fall ihr müsst 100 Konditionen haben und ja, es muss halt, die lilanen Zonen muss auf dem weißen Kreis sein, perfekt und ihr müsst 100 Konditionen haben, dann zählt es zum Beispiel jetzt 1 von 5. Dann habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen, Leute. So, wie ihr sehen könnt, ich habe wieder voll Kondition und die Sturmphase ist an mir vorbei und wir haben den Auftrag somit abgeschlossen, 5 von 5. Und ich würde sagen, kehren wir mal zurück zur Lobby. Denn wenn ihr 7 leises Vorgehen, Aufträge abgeschlossen habt, dann bekommen wir wieder eine Medaillon und wir haben jetzt schon 3 von 5. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniere, gerne an meinen Kanal, lasst gerne, wenn ihr kein Video mehr verpasst. Dann möchte ich einfach sagen, war schon mit dem Video und ciao, haut rein, bis nächstes Mal Leute, tschüss. Tschüss.